Schön, dass du wieder dabei bist, zu einer weiteren Folge nachgehakt. Diesmal wieder mit einer Frage aus der Hörerschaft. Und die bezieht sich witzigerweise auf jede einzelne bisherige Podcast-Folge, denn die Frage, die ich bekommen habe, mittlerweile mehrfach, heißt Chris, warum sagst du am Ende des Podcasts immer Auf zur Brillanz? Woher kommt das? Was soll das sein? Was willst du damit sagen? Was heißt das? Um die Frage vollständig zu beantworten, springen wir ein Stückchen zurück in der Zeit, knappe zwei Jahre ist es nämlich her, dass ich meine Ausbildung sowohl zum Business-Coach als auch zum Management-Trainer gemacht habe. Und in beiden Ausbildungen gab es jeweils ein Modul, wo es um das Thema Ressourcen ging. Ressourcen meint jetzt nicht wie im Projekt, Geld oder Zeit, sondern Ressourcen meint auf persönlicher Ebene alle die Dinge, die dir Energie, Kraft, Mut, Entscheidungsfreude und Handlungswillen mit auf den Weg geben. Das können also positive Erfahrungen sein, das kann sogar auch Wut sein, das kann ein innerer Antreiber sein, das kann ein Motiv sein, eine Sache, die du unbedingt haben und erreichen möchtest oder eben auch eine bestimmte Eigenschaft von dir, ein Skill. Und genau um solche Skills ging es auch in besagten Modul der Trainer- und Coaching-Ausbildung und da hieß es in der Überschrift Stärken, Stärken. Und das hörst du bestimmt nicht zum ersten Mal und ich an der Stelle auch nicht. Das ist so ein klassisches, kombiniertes Buzzword wie Win-Win oder auch Last but not least. Du siehst, worauf ich hinaus will. Ich mag das nicht wirklich. Mir klingt das viel zu abgedroschen. Dafür habe ich es einfach schon viel zu häufig gehört. Und mir gibt das nicht so richtig Anschub. Mir gibt es keine Vision, keine richtige Positivität. Doch, und darum ging es in dem Modul, haben wir beleuchtet, wofür man denn eigentlich Stärken stärken sollte. Und da kamen wir zu dem Begriff der Brillanz oder dem Brillieren. Das ist nämlich das Ziel, das Warum dahinter, warum wir Stärken stärken sollten, warum sich das lohnt, nicht immer nur die blinden Flecke zu identifizieren und auf das Negative zu schauen und auf die Dinge, die wir nicht können, sondern ganz gezielt auf die Dinge, in denen wir schon richtig gut sind. Denn wenn wir dort brillieren, wenn du dort deinen Skill zur Brillanz treibst, dann gelingt es dir, auch Schwächen zu kompensieren oder Lücken nicht so offensichtlich erscheinen zu lassen oder auch mal besser dazustehen, als es bei einer genauen Analyse vielleicht sein würde. Und das finde ich natürlich super interessant. Denn stell dir vor, du bist in einem Steuerungskreis und deine Stärke ist die Präsentation oder deine Stärke ist die Eloquenz oder deine Stärke ist das Visualisieren von Zusammenhängen. Dann kannst du natürlich damit kompensieren oder kaschieren, wenn andere Dinge nicht ganz so rund sind, wenn da doch mal ein Rechtschreibfehler drinnen ist oder auch Dinge, die gar nicht so augenscheinlich sind und deswegen auch nicht zur Ansprache kommen, weil deine Stärke alles überstrahlt. So betrachtet gefällt mir Stärken, Stärken extrem gut und deswegen nutze ich die Brillanz, weil sie ein unglaublich schönes Zielbild ist, dafür wie dich deine eigenen Stärken, deine eigene Ressource, dein Skill, was du heute schon hast, in ein super Licht rücken lassen kann, dir Energie gibt und vor allen Dingen für dein Projekt Souveränität gibt, zu tollem Feedback führt, womit sich auch ein Team motivieren und positiv antreiben lassen kann. Warum mir das so wichtig ist, dir das mitzugeben und diese Perspektive auf Brillanz und Brillieren aufzuzeigen, ist, dass ich dich motivieren möchte, auch vermeintlich bekannte Themen, also Podcast-Folgen, die sich mit Themen beschäftigen, die du vermeintlich schon kennst, dass du die nicht überspringst, sondern dir auch zu Gemüte führst. Selbst wenn du denkst, hey, da bin ich schon richtig gut drin, das ist eine Stärke von mir, darüber weiß ich vielleicht alles, wobei man ja alles eh nie wissen kann, denn vielleicht sind da für dich noch ein paar neue Moves, ein paar schöne Twists dabei, die dich dann von extrem gut und stark in diesem Bereich zur Brillanz katapultieren, aufs nächste Level. Dich auch in schwierigen Phasen, in kritischen Momenten souverän auftreten lassen, dir ein gesundes Selbstvertrauen verleihen und im Endeffekt auch dazu führen, dass du und dein Team mehr Spaß haben, mehr Spaß an Projekten, selbst in stressigen und herausfordernden Zeiten. Dann werden diese Stärken, weil du da drin sogar brillierst, eine echte Ressource mit Strahlkraft. Und das Coole ist dann, dass diese Brillanz, diese Stärke von dir, diese Ressource dazu führt, dass sie zu einer unschätzbaren Energie wird, andere neue Dinge zu lernen, die dir sonst vielleicht schwerfallen würden, wenn du eher von der Perspektive kommst, das muss ich lernen, um, wie gesagt, einen blinden Fleck zu füllen oder eine Schwäche auszugleichen oder einfach nur etwas prinzipiell ganz Neues zu lernen, was du noch nicht kennst, noch nicht kannst, aber benötigt werden wird. Dann machst du das mit der Positivität der Brillanz, mit dem Selbstbewusstsein und der Souveränität mit links nebenbei und merkst es vielleicht noch nicht einmal. Und das ist doch eine richtig schöne Perspektive. Lernen im Vorbeigehen. Lernen mit Spaß. Lernen mit einer super positiven Grundeinstellung. Lernen aus einer Stärke heraus. Und genau das wünsche ich dir. Und hey, wenn du in Zukunft jedes Mal, wenn ich eine Podcast-Folge beende, nicht nur bis zum Ende zuhörst, sondern auch genau hinhörst und dann diese positive Assoziation, dieses tolle Bild des Brillierens im Kopf hast und dann mit einer super Laune, einer super Stimmung und einer tollen Energie in dein Projekt zurückgehst, dann habe ich mein Ziel auf jeden Fall mehr als erreicht. Bin super happy und freue mich für dich, wenn dir damit deine Projekte gelingen. Deshalb lass es uns nicht nehmen. Auch am Ende dieser Podcast-Folge auf zur Brillanz.